Erfahrungserschließung, die eigene Erfahrung um neue Perspektiven erweitern. Nach diesem allgemeinen Einstieg, in dem wir über die Besonderheit von musikbezogenen Bildungsprozessen nachgedacht haben, geht es in diesem Video ganz konkret um Musikdidaktik. Rudolf Nükrin gilt als Begründer einer musikdidaktischen Tradition, die den Begriff der Erfahrung ins Zentrum musikunterrichtlichen Handelns stellt. Erfahrungen sind nach seiner Auffassung nicht in der Musik verborgen, sodass sie im Musikunterricht bloß erschlossen, also quasi herausgeholt zu werden brauchen. Vielmehr soll der individuelle Erfahrungshintergrund, den Schülerinnen außerhalb der Schule erworben haben und den sie in den Unterricht mitbringen, als Potenzial genutzt werden, neue Perspektiven auf Musik zu thematisieren, zu erschließen. Dazu ist es erforderlich, dass Schülerinnen über ihre unterschiedlichen Erfahrungen in Austausch treten und die Gelegenheit erhalten, Unterschiede zwischen eigenen Erfahrungen und Erfahrungen anderer zur Sprache zu bringen und nach Möglichkeit aufzuheben, wie das Peter Schatt ausdrückt. Um im Musikunterricht Raum für einen solchen Austausch von Erfahrungen zu schaffen, fordert Nükrin eine Anwesenheit von Lernsituationselementen, worin Schüler ihre lebensgeschichtliche Erfahrung eintragen und ausdrücken können. Unterrichtssituationen sollen so gestaltet sein, dass Schüler und Schülerinnen sich im Erfahrungsaustausch über Musik den Einschränkungen ihrer eigenen Perspektive bewusst werden und diese ausgleichen können. Nükrin bezeichnet das als Kompensation und Aufklärung von Erfahrungseinschränkungen. Damit die Musik eine für die Schüler möglichst reichhaltige Erfahrungsgrundlage bietet, ist es Nükrin zufolge sinnvoll, wenn sich die Auswahl von einer Verständigung mit den Schülerinnen her legitimiert. Das muss nicht bedeuten, dass die Schüler und Schülerinnen Musikstücke vorschlagen, die im Unterricht thematisiert werden sollen. Vielmehr wird wiederum die Erfahrung der Schüler zum Hintergrund einer Aushandlung von thematischen Horizonten, vor deren Hintergrund viele verschiedene Musiken Eingang in den Musikunterricht erhalten können, aber auch verschiedener Umgangsweisen mit Musik, wie zum Beispiel Tanzen, Singen, Verfilmen und so weiter. Eine letzte Prämisse des erfahrungserschließenden Musikunterrichts besagt, dass die Stundeninszenierung Handlungsvollzüge ermöglichen soll, denn Nükrin geht davon aus, dass neue Erfahrungen im musikbezogenen Handeln entstehen. In etwas anderen Worten können wir festhalten, die Ausgangssituation des Musikunterrichts, den Nükrin sich vorstellt, ist nicht so sehr eine Begegnung von Kindern oder Jugendlichen mit Musik, deren Struktur und Bedeutung im Unterricht mit Hilfe einer Lehrkraft aufgeklärt werden soll, sondern der Unterricht gibt viel mehr Gelegenheiten, die eigenen Erfahrungen mit einer Musik, die für den Einzelnen in irgendeiner Weise bedeutsam werden, mit den Erfahrungen anderer Schüler und Schülerinnen abzugleichen und so den Blick für neue Perspektiven auf diese Musik zu weiden. Nun könnte man meinen, dass dieses Sich-Klar-Werden über die eigenen Defizite genau jene kritische Selbstreflexion beschreibt, die ich vorhin mit Pieta Biri als Bildung bezeichnet habe. Nükrin ist es in seiner Konzeption jedoch um etwas anderes zu tun, wie sich im Titel seiner Arbeit Erfahrungserschließende Musikerziehung bereits abzeichnet. Die Aufklärung und Kompensation von Erfahrungsdefiziten in Bezug auf Musik wird hier in den größeren Kontext der Erziehung und gerade nicht der Bildung gestellt. Sie soll eben nicht auf musikbezogene Erfahrungen begrenzt bleiben, sondern die Selbst- und Mitbestimmung, die Schülerinnen in musikbezogenen Lernprozessen üben, sollen in letzter Instanz der Herausbildung allgemeiner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Diesem übergeordneten Erziehungsziel, das Schülerinnen mit Bestimmung in Bezug auf die Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen zubilligt, von ihrer eigenen Perspektive ausgeht und schlussendlich auf eine Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen zielt, konnte aus seiner Sicht ein traditioneller Musikunterricht, zumindest der 1970er Jahre, als sein Buch erschien, nicht gerecht werden. Seine Konzeption ist also als Abgrenzung zu verstehen gegen einen Unterricht, der zur Zielsetzung hat, Schüler musikalisches Wissen und Können zu vermitteln, das außerhalb der Schule so nicht vorkommt. Wenn dieses fachliche Wissen und Können, zum Beispiel in einem musikalischen Verlauf die Sonatensatzform zu erkennen, doch außerhalb der Schule ohnehin kaum eine Rolle spielt, so schlussfolgert er, dann vermittelt Musikunterricht lediglich Rituale und Regeln, die für die Gestaltung des zukünftigen Lebens der jungen Menschen ohne Bedeutung sind. In der erfahrungserschließenden Musikerziehung sieht er hingegen die Chance, dass die Auseinandersetzung mit Musik etwas Grundsätzliches zur Haltung der Schülerinnen beizutragen, ihnen eine offene Haltung gegenüber den Erfahrungen und Perspektiven anderer auf Welt schmackhaft zu machen vermag. Um auf ein Dilemma dieses Gedankengangs hinzuweisen, dem sich übrigens jede musikdidaktische Konzeption stellen muss, die nicht nur musikalisches Wissen und Können an die Frau und den Mann bringen möchte, sondern die einen grundlegenden Beitrag zu einem selbstbestimmten Leben leisten möchte, formuliere ich mal etwas überspitzt. Wenn die Schüler und Schülerinnen später schon nicht mit einem bildungsbürgerlichen Anspruch die Oper besuchen und dort ihr Wissen um Wagners Erinnerungsmotivtechnik anbringen können, so werden sie in einem erfahrungserschließenden Musikunterricht hoffentlich eher die Offenheit erlangt haben, sich mit anderen über ihre Erfahrungen auszutauschen und möglicherweise neue Blickwinkel auf die nicht nur musikalische Welt einzunehmen. Dadurch bekommt der Musikunterricht allerdings ein Legitimationsproblem. Wenn nämlich das besondere musikbezogene Erfahrung außen vor bleibt und die Musik zu einem austauschbaren Mittel wird, um sich in Offenheit zu üben, wieso sollte man sich im Unterricht dazu gerade mit Musik auseinandersetzen und nicht mit Literatur oder Bildhauerei, die ja ebenso geeignet scheinen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Bevor wir uns bei Christian Rolle eine mögliche Antwort ansehen, der die Bedeutung musikalisch-ästhetischer Erfahrungen für Prozesse der Selbstbildung hervorhebt und Nygrins Ansatz auf diese Weise weiterführt, möchte ich allerdings noch einmal kurz die Verdienste der erfahrungserschließenden Musikerziehung für das weitere Nachdenken über Musikunterricht herausstellen. Zwei Aspekte, die auch heute noch von großer Relevanz sind. Erstens, die Orientierung an den Lernenden selbst, die später unter Bezugnahme auf den Konstruktivismus auch lerntheoretisch gerechtfertigt wurde und in der gegenwärtigen Musikpädagogik Common Sense ist, zeichnet sich bei Nygrin bereits deutlich ab. Zweitens, der Anspruch auf eine Teilhabe an der Gestaltung des eigenen Lernens, der Schülerinnen nicht nur mit ihren jeweiligen musikbezogenen Vorerfahrungen und Einschätzungen ernst nimmt, sondern ihnen gar Mitsprache bei der Organisation des Unterrichts, zum Beispiel mit Blick auf die Unterrichtsgegenstände, einräumt, wird auch heute unter dem Schlagwort der Schülerinnenorientierung diskutiert. Dass Nygrins Teilhabe-Gedanke bis heute fortwirkt, zeigt auch der Vorschlag der Musikpädagogen Heinz Goin und Stefan Orgas, die Unterrichtsgegenstände mit den Schülern und Schülerinnen gemeinsam festzulegen. Dies findet sich zum Beispiel auch in den Lehrplänen von NRW wieder, wo eine gemeinsame Entscheidung für Unterrichtsthemen in der Oberstufe explizit erwartet wird. Drittens, schließlich hat insbesondere in der Argumentation für Klassenmusizierangebote immer wieder der Gedanke der Handlungsorientierung Konjunktur. Musik muss gemacht werden, um im eigentlichen Sinne begriffen und verstanden werden zu können. Diesen Zusammenhang zwischen Handeln und Erfahren, den Nygrin in seiner Konzeption besonders herausstellt, kommt nach wie vor große Bedeutung zu.